Rick Heller war ein ganz normaler Junge. Ärger zu Hause. Gleich reißt mir der Geduldsfaden, Freundchen. Ärger in der Schule. Das ist Privateigentum. Überhaupt hatte er die meiste Zeit Ärger. Hey, das war ziemlich gut. Ihr werdet auch immer schneller. Du arbeitest von vier bis sechs. Gibt's gegen sowas kein Gesetz? Bis er ein Mädchen traf, das anders war als alle anderen. Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Das ist ein Vogel. Und wie ist das? Da, voll auf die Nase. Sie denkt und sie hat Gefühle. Wenn wir ihr nicht helfen, wer dann? Hör zu, ich will auch, dass du da rauskommst. Du kannst mit ihr reden? Sie gehört da nicht rein. Zwei Freunde auf der Suche nach dem Abenteuer. Na, Katie, ich weiß, dass da ein Zug kommt. Danke. Na, Katie, nimm die Flossen weg sofort. Bleib, wo du bist. Geht leider nicht. Ich hab dir doch gesagt, dass du das nicht darfst. Katie, komm sofort her. Ich kann nicht glauben, dass ich mit einem Gorilla um mein Essen kämpfe. Katie, nein. Nein. Halt durch. Warner Family Entertainment lädt sie ein zu einem atemberaubenden Abenteuer voller Spannung, das auch sie in seinem Band ziehen wird. Born to be wild. Ich bin Market eisein. Bei'reein. Ich bin damit,444, Entschere, Ich bin der Rest.